Das ist das iPhone 3GS. Es ist das dritte iPhone, das Apple hergestellt hat. Es war für seine Zeit ein unglaublich gutes Gerät. Aber ob es in 2020 immer noch eine Investition wert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Rückseite besteht aus Plastik und dadurch fühlt sich das iPhone 3GS irgendwie viel robuster an als die neuen iPhone-Modelle. Doch das denkt man auch wirklich nur, bis einem das iPhone einmal heruntergefallen ist. Denn ungelogen, außer bei dem iPhone 3G springt wohl kein anderes iPhone-Glas so schnell wie das des iPhone 3GS. Die Rückseite verkratzt schon, wenn man sie nur ansieht. Ihr kennt doch alle AirPod-Cases, oder? Das Backcover des iPhone 3GS besteht aus genau dem gleichen Material. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Aber hey, durch das Plastik kann die Rückseite zumindest nicht springen. Ähm, ja. Gerade im Vergleich zum iPhone 4, welches nur ein halbes Jahr später erschienen ist, denkt man sich bei dem iPhone 3GS eher, dass es ein billiges, altes Android-Smartphone ist. Glas und Aluminium fühlen sich einfach um Welten besser an als Plastik. Zwischen Display und Backcover ist ein Edelstahlrahmen, der, wer hätte es gedacht, genauso schnell verkratzt wie der komplette Rest des iPhones. Gut, jetzt haben wir uns genug über das Smartphone aufgeregt, was kann es denn? Kurz gesagt, nichts. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass es ein fast 12 Jahre altes Smartphone ist, konnte es wirklich viel. Es hatte zum Beispiel dieses für die damalige Zeit sehr scharfe Display, das mit 480x320 Pixeln bei 163 ppi auflöst. Und auch die 3,5 Zoll, die es beherbergt, empfanden viele Menschen als riesig. Für heutige Verhältnisse ist das natürlich einfach alles nur ein Witz. Das sind übrigens auch die Kameras. Ich korrigiere die Kamera. Denn eine Frontkamera gab es erst ab dem iPhone 4. Die Kamera auf der Rückseite löst mit 3 Megapixeln auf. Und jetzt haltet euch fest, sie kann sogar Videos aufnehmen. Das war nämlich damals bei dem iPhone 3GS eine große Neuerung. Und sie kann, nein, kein 4K, kein 1080p, kein 720p, sondern 480p bei 30fps. Das ist so wenig, dass jede Einwegkamera besser ist. Auch einen Blitz wird man vergeblich suchen. Aufgeladen wird es mit einem 30-Pin-Konnektor. Das ist dieser alte dicke Stecker, ihr wisst schon. Und auch der Akku ist extrem schnell. Aber nein, leider nicht voll, sondern leer. Ja, mit 1219 mAh sollte man wirklich keine Wunder erwarten. Die Performance hat mich allerdings wirklich überrascht. Denn der A3-Prozessor kann mit relativ viel Performance überzeugen. Er ist doppelt so schnell wie sein eigener Vorgänger und ist auch in 2020 noch recht gut nutzbar. Von der Software kann man das aber leider wirklich nicht behaupten. Auf meinem iPhone ist iOS 6.1.6 installiert. Und auch wenn das die neueste Software ist, die man auf dem iPhone installieren kann, ist es nun mal ein 8 Jahre altes Betriebssystem. Kein WhatsApp, kein YouTube, kein Instagram und auch fast keine anderen Apps werden unterstützt. Das ist es also, das iPhone 3GS. Ein spannender, alter Gegenstand. Aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Wer also überlegt, sich ein iPhone 3GS als Alltagsgerät oder als Ersatzgerät für sein Alltagsgerät zu nutzen, der sollte das auf gar keinen Fall tun. Denn das iPhone 3GS hat nicht mal WhatsApp, wie ich vorhin schon sagte. Und es ist einfach langsam und man merkt überall, dass es fast 12 Jahre oder 11 Jahre alt ist. Da sollte man sich wirklich lieber ein iPhone 5 oder aufwärts verkaufen. Wer aber wie ich ein altes, schönes iPhone haben möchte, das in der Vitrine steht und einfach mal gucken möchte, wie iPhones damals funktioniert haben und keine 2000 Euro für ein iPhone 2G über hat, der ist mit dem iPhone 3G oder 3GS richtig gut beraten. Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich unglaublich über einen Like oder ein Abo freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch schon in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal.